Der russische Angriff auf das Atomkraftwerk Saporizhia im Süden der Ukraine hat auch für weitere Unruhe an den Finanzmärkten gesorgt. Mehr dazu jetzt von Bettina Seidel aus der Frankfurter Börse. Auch wenn der Brand in dem Atomkraftwerk in der Ukraine gelöscht ist inzwischen, es wohl keine Gefahr mehr für die Sicherheit gibt, so hat der russische Beschuss des AKW doch das Risiko einer nuklearen Katastrophe beklemmend vor Augen geführt. Es ist immerhin das größte AKW in Europa. Diese Angst, diese Unsicherheit lässt Investoren aus Aktien flüchten. Das sorgt für die stark fallenden Kurse. Der DAX hat nach den 2% Minus gestern, heute Vormittag nochmal stark verloren, zeitweise mehr als 3%. Seit dem Angriff Russlands vorige Woche sind es also rund 10% Verlust. In diesem Jahr ist er so stark gefallen, dass die Gewinne aus dem vorigen Jahr komplett ausradiert sind und sogar noch mehr. Vor allem alles aus der Autobranche wird abgestoßen. Aktien von Volkswagen, BMW, Mercedes-Benz, zwischen 5 und 7% Verlust allein am heutigen Tag. Ein ähnliches Bild bei Aktien von Porsche oder Zulieferern wie Reifenhersteller Conti. Klar, weil gerade die Autounternehmen ihre Geschäfte in Russland einschränken, auf Eis legen oder sich von dort zurückziehen. Außerdem fehlen Teile, weshalb die Produktion stockt. Und wenn man dann noch die hohen Spritpreise sieht, da darf man sich natürlich fragen, wer denkt jetzt schon an einen Autokauf. Heißt also, schlecht fürs Geschäft der Autokonzerne. Wegen des rasanten Ölpreisanstiegs werfen Anleger auch die Papiere der Lufthansa aus den Depots. Die Wirtschaft in Russland wird noch weit mehr leiden unter den Sanktionen und unter dem Rubelverfall. Das ist absehbar. Wie sieht es da eigentlich an der Börse in Russland aus, fragt man sich unweigerlich. Das wissen wir nicht. Die bleibt nämlich weiter geschlossen, noch mindestens bis zum 8. März heißt es, bis kommenden Dienstag also. Dort traut man sich offenbar nicht, die Börse wieder zu öffnen. Es gibt einige Aktien russischer Unternehmen, die an der Börse in London gehandelt werden. Und dort sind die Kurse um 90 Prozent eingebrochen.